Einen wunderschönen Hier ist KroneSK und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Video. Jeder von uns hat doch schon einmal wenigstens eine Verschwörungstheorie gehört. Seien es Echsenmenschen, sogenannte Reptiloide, die im Verborgenen über uns herrschen, oder seien es Gemtrails, die unsere Persönlichkeit verändern. In irgendeiner Form hatten wir alle schon mit solch einer Theorie zu tun. Und wenn auch viele dieser Verschwörungstheorien völliger Schwachsinn zu sein scheinen, so gab es doch ein paar dieser Theorien, die sich im Nachhinein als wirklich wahr herausstellten. Und genau darum soll es heute gehen. Ich zeige euch fünf Verschwörungstheorien, die sich wirklich als wahr herausstellten. Beginnen wir als erstes mit etwas sehr Bekannten. Es galt lange Zeit als ausgemachter Blödsinn und als paranoide Spinnerei, wenn jemand geäußert hat, dass er denkt, die Amerikaner würden uns überwachen und könnten alles sehen, was wir, insbesondere online, so treiben. Bis zum Jahr 2013. In diesem Jahr veröffentlichte und enthüllte Edward Snowden die Spionage- und Überwachungspraktiken, insbesondere der NSA, und löste einen weltweiten Skandal damit aus. Es war also keineswegs eine Verschwörungstheorie, dass wir systematisch überwacht wurden und vielleicht auch noch werden. In der Zeit der großen Prohibition, also des landesweiten Alkoholverbotes in den USA von 1920 bis 1933, soll das FBI auf Schwarzmärkten Alkohol verkauft haben, der mit Gift versetzt war. Natürlich galt diese Theorie lange Zeit als völlig schwachsinnig und alle Anhänger der Theorie wurden verspottet. Doch tatsächlich stellte sich heraus, dass diese Theorie der Wahrheit entspricht. Das FBI verkaufte tatsächlich vergifteten Alkohol, der etwa 400 Menschen das Leben kostete. Das Ziel war, die Bürger vom Kauf der illegalen Ware abzubringen. MK-Ultra ist eine weitere Verschwörungstheorie, die wirklich wahr ist. Die Behörden der Vereinigten Staaten versuchten lange Zeit, dies zu verheimlichen, aber es gelangte letztlich doch an die Öffentlichkeit. Seit 1953 versuchte die CIA, die Kontrolle über das Bewusstsein der Menschen zu bekommen. Oder genauer gesagt, sie versuchten, die Gedankenkontrolle zu meistern. Zu diesem Zweck wurden heimliche Experimente an lebendigen Menschen durchgeführt. So wurden beispielsweise sehr starke Drogen wie LSD zum Einsatz gebracht. Aber die Probanden wurden auch durch Elektroschocks, durch Folter und durch absolute Isolationen getestet. Lange Zeit galten diese Experimente als Verschwörungstheorie, bis plötzlich Aufzeichnungen der CIA an die Öffentlichkeit gelangten. Die nächste wahre Verschwörungstheorie ist das Tusky-Syphilis-Experiment. Dieses Experiment hätte grausamer kaum sein können. Ab dem Jahr 1932 wurden Afroamerikaner systematisch mit Syphilis infiziert, beziehungsweise wurde diese dann nicht behandelt. Dieses Experiment wurde von 1932 bis 1972 durchgeführt, bis es glücklicherweise an die Öffentlichkeit gelangte und eingestellt wurde. Vorher galt es als ausgemachter Blödsinn und Verschwörungstheorie. Es würde jetzt jeden Rahmen sprengen, näher auf die Einzelheiten einzugehen. Aber ich werde über dieses grausame Experiment bald in einem anderen Video zu sprechen kommen. Die letzte Theorie, die sich als wahr herausstellte, ist richtig interessant, da sie noch heute von vielen als dumme Verschwörungstheorie abgetan wird, obwohl es eindeutige Beweise gibt. Die Rede ist hier von der sogenannten Hormonbombe, die Soldaten zu Homosexuellen machen sollte. Was hier wie das absolute Märchen klingt, kam im Jahr 2005 wahrhaftig als Wahrheit zum Vorschein. Die Organisation Sunshine Project gelangte im Jahr 2005 an Dokumente aus dem Pentagon, die beweisen, dass es Pläne gab, die sexuelle Orientierung feindlicher Soldaten mit Hilfe von Chemikalien zu verändern. Die Chemikalie sollte über die Haut oder über die Atemwege aufgenommen werden und die Soldaten unwiderstehlich attraktiv füreinander machen. Wen die ganze Sache mehr interessiert, ich habe einen Artikel darüber in der Videobeschreibung verlinkt. Und das waren fünf Verschwörungstheorien, die sich als wahr herausgestellt haben. Natürlich gibt es einige Theorien, die mit Sicherheit ausgemachter Blödsinn sind, aber sollte man immer erst einmal hinter die Kulissen schauen, bevor man jede Idee der Einfachheit halber in die Ecke der Verschwörungstheorien schiebt. Manch eine Theorie könnte tatsächlich die Wahrheit in sich verbergen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020